Erste Tests von Reed Richards ergaben, dass diese Steine die kosmische Kraft lagern und von Silver Surfers Brett stammen. Wenn das bedeutet, was ich denke, dann verfügst nur du allein über die Kompetenz, die Erde zu verteidigen. Anscheinend sind unsere beiden Labore verwüstet worden. Diese Garner lieben es, unser Zeug zu stehlen. Und sie haben schon viel zu viel davon gestohlen. Wir müssen unsere Latveria-Operation in Gang setzen. Ich nenne sie Operation Latveria. Ich hole den Rest der Fantastischen Vier. Gut, schalten Sie die Shield-Arc-Reaktor-Spuren-Software ein. Ihr verfolgt meine Arc-Reaktor-Spuren? Weißt du, wie oft ich dich bei irgendeiner komischen Party suchen muss? Wie du siehst, gewinnt man durch den besten Geheimdienst die Oberhand. Hawkeye, Black Widow, ihr seid dran. Wir müssen uns den Arc-Reaktor zurückholen, bevor er für unausdenkliche Zwecke benutzt wird. Folgt dem Signal und findet ihn. Jetzt sind wir hier. Jetzt." Tschüss. Ich bekle Szene. ... Chat weiß ich. Heute ist es ein bescheid užithyradisch. Agenten, ich konzentriere mich auf das Signal des Arc-Reaktors. Aber es wird eine Weile dauern, es genau zu lokalisieren. Es kommt irgendwo aus dem Bankenviertel. Hallo, ihr Helden. Okay, wir haben das Signal lokalisiert. Die Koordinaten werden aktualisiert. Folgt dem Pfad. Das ist vielleicht mal ein Outfit. Die Koordinaten werden aktualisiert. Schicke nun die richtigen Koordinaten durch. Superhelden. Oh mein Gott. Das Signal kommt irgendwo aus dieser Gegend. Seht nach, ob ihr dort etwas Verdächtiges entdecken könnt. Hm, sieht nicht wie eine Hydra-Basis aus. Hast du etwa ein Schild erwartet, auf dem steht, willkommen zur geheimen Hydra-Basis? Das ist vielleicht mal ein Outfit. Oh, Schichter. Die dunkle Hydra. Ich meine ja nur, wenn ich Superkräfte hätte, wären die wesentlich cooler als deine. Das war's. Das war's für heute. Von 64.000 Tonnen ist das Empire State Building, das 1931 seine Pforten öffnete, seit jeher eines der bekanntesten Wahrzeichen New Yorks. Wolverine war wohl schon vor uns da. Das Signal ist stärker geworden. Agenten, verfolgt es. Vorsicht, Barton. Wir wollen keine bösen Überraschungen. Haltet die Augen offen. Wir wissen nicht, wer uns da unten erwartet. Wir wissen nicht, wer uns da unten erwartet. Wir wissen, wie wir noch die김� Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das ist das Symbol. Schurkenorganisationen investieren wohl mehr in diese raffinierten Türen als in die Ausbildung ihrer Schläger. Es könnte ein Problem sein. Braucht ihr Hilfe? Die Basis ist riesig. Wie konnte sie nur so lange verborgen bleiben? Qualitätsdeko? Die Basis ist riesig. Die Basis ist riesig. Die Basis ist riesig. Die Basis ist riesig. Und Loki ist bei ihm? Was haben die vor? Was haben die vor? Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. 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 Lämmen! Die Chancen für eine Niederlage liegen laut Berechnung bei 95 Prozent, Captain. Ich rate aufzugeben. Nach allen Jahren ist mir eben erst aufgefallen, dass Red Skull keine Nase hat. Schmerkling? Gibt es die Geräte? Schmerkling! Die Schmerklinge sind genutzt. Hör! Hör! Ich bin die Zukunft unseres Volkes. Ihr seid nur ein Relikt aus grauer Vorzeit. Hör! Dieser Anzug sieht noch genauso lächerlich aus, wie bei unserer ersten Begegnung, Captain. Ihr besiegt mich nicht. Red Skull ist immer bereit. Ihr könnt nicht gewinnen. Nein! Niemals! Ihr könnt nicht gewinnen. Nein! Niemals! Hör! 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 Erwärmliche Insekten! Ihr könnt den mächtigen Arnim Sola nicht zerstören! Du wirst im Alter ganz schön langsam capten! Du kannst mich nicht besiehen! Ich habe Skulls Spur beim Raft aufgenommen. Sein Parfum stinkt fürchterlich. Wir schätzen deine Hilfe sehr, aber du hast den Strudel zerstört. Jetzt können wir Loki nicht folgen. Naja, ich habe das Gefühl, dass Loki nicht nur eine Assistentenfunktion bei dieser Sache hat.